Moin, moin, meine lieben Leute. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Cuphead. Den Hangar haben wir jetzt geschafft und, äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo was weitergeht. Die Brücke ist ja entstanden hier. Vielleicht gehen wir mal da rüber. Ob es hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es noch so ein Eis-Dings. Stimmt, dann kommen wir direkt wieder hier hin, was wir auch schon geschafft haben. Lass uns mal in die Eishalle reingehen, oder? Stehen Sie auf Eis oder was soll's? Kampf dem kalten Kult. Gehen wir mal da rein. Ich bin gespannt. Okay. Hey. Ich dachte, den Rohsang für dich. Okay. Gut, nochmal. Hier ist ein wirkliches High-Class-Belt. Hier geht's. Ah, Mist. Auf dem Boden sah ich auch noch rum. Okay. Okay. Oh, ich komme da drüber. Komm mal. Ah, ich habe es. Wie gemeint ist das denn alles? Wow, das ist mal ein heftiges Teil. Natürlich, hab ich den auf dem Boden gerischt. Ah Mist, ich hätte gerne noch mal ein Leben bekommen. So, verwandel dich du Affe. Okay, wie soll man von denen wegkommen, wenn man rüber springt? Na gut. Schon mal Leben geholt, das ist schon mal nicht schlecht. Ach komm. Oh, es war klar. Dann gucken wir, wie wir drüber kommen. Na klar. Oh nein! Okay, das weiß ich beim nächsten Mal. Ah, okay. Macht dann schon wieder die Rolle da oder irgendwas? Hm. Oh nein! Das war gleich nochmal. Das Leben nehm ich mit. Also, das Leben schon mal wieder geholt und gleich wieder verloren. nochmal. Da sehe ich nicht ein, so viel Leben zu verlieren. So. Alter, ist da nervig. Mit seinen beschissenen Geistern ey. Okay. Oh, guck mal. Oh, ich hätte wegfliegen sollen, ach man. Okay. Oh, Mist. Oh, ist das so dumm. Okay. Jedes Mal falle ich wieder verbreiten. Mhm. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Und beginnt! Ach Gott, okay. Ach Gott. Ach, Gott. Mein있는 Weg will ich dich. Ja. Ach Gott. Ja, ich kann mich nicht. Ja. Was ist das Ding? Ah, ich kann mich nicht. Okay. Komm schon. Oh. Nein! Oh. Oh. Wie weit sind wir gekommen? Echt nur bis zur zweiten Phase, ne? Mal kurz den Kopf behalten, das ist noch nicht so weit. Nein. Da muss immer wieder neu starten, ne? Das geht ja anders. Ach komm schon. Und jetzt nicht gönnen können. Okay. Oh nein. Oh nein. Nein! Das ist der Eiswürfel. Mach mich auch fertig. So. Ach komm schon. Oh nein. Mann ey. Oh nein. Oh nein. Was war das denn? Wie dumm war das denn gerade? Oh komm schon. Oh komm schon. Oh komm schon. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ich würde auf jeden Fall die dritte Phase mal gern sehen. This map will get red hot. It's off. Oh nein. Geil, jetzt haben wir noch willkommen das Leben, die Pulaske haben. Okay. Ach komm schon. Ich wollte doch nur wegwerfen. Ah nein. Wie dumm. Nein wie dumm. So. Ach man. Die Konstellation nach. So. Ja. Ja. Waffe, Alter. Da oben. Oh komm schon. Ein Leben brauche ich noch. Von dir. Danke. Okay. So. Mal gucken. Wie kann das denn sein, dass ich den jetzt nicht gekriegt habe. Das ist doch beschiss, ey. Ganz schnell. Das gibt's doch gar nicht. Echt. Oh komm schon. Das nervt. Nein. Gibt's doch gar nicht, ey. Warte mal, eigentlich die ganze Zeit nur das gleiche machen, oder? So ein beschissenen rosa Kater hätte er mal rauskommen können. Na gut. Oh. 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 Oh komm, das wird klar. Warum musst du denn in dem Moment mal hochgehen? Ist das denn ich dein Ernst, oder? Ja. Hier oben bringt mir das nichts mit diesem zuerstes Statium. Oh. Oh. Kriegen wir vielleicht? Oh, geil. Danke. Puh. Ich hatte schon wieder kurz. Ich hätte keinen Bock mehr, um normales zu machen. Aber naja. Na gut. Gar nicht so schlecht lesen. Gut. So. Auch geschafft. Wir haben Eiszuckeröfen erhalten. Wir haben es geschafft. Das war die letzte Zutat für die... Wundertorte, jetzt nichts wie zurück zum Salzbäcker. Okay, ab zum Salzbäcker. Gucken wir mal, was er uns zu sagen hat. Hallo. Huch. Was erwartet uns hier unten? Der Salzbäcker ist nicht da. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020